Auch das soll vorkommen, habe ich gehört. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das ist ja erst heute eingeführt worden, soweit ich das im Kopf habe. Und das kannst du auch nur dann haben, Carter, wenn du den Schießenspass hast. Was ich weiß. Was ich weiß. Was ich weiß. Was ich weiß. Das war's für heute. Ja, dann kriegst du das. Seit ich weiß, kriegt nur derjenige, der den Seasons Pass hat, diese Kiste. Die kommt jeden ersten und fünfzehnten. Und ich weiß nicht, wie oft man sie holen kann. Und ich weiß nicht, wie oft man sie holen kann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und der Loot, der in dieser Kiste drin ist, der Kater, der soll sich nach deinem Gear-Set richten. Sprich, wenn du hohes Gear-Set hast, hast du höheren Loot. Was ich bis jetzt mitbekommen habe. Ich werde dich nicht mitbekommen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.